Herzlich Willkommen zu einem neuen Video heute zu einem neuen Video heute spiele ich auf jeden Fall Minecraft wieder das ist ewig her dass ich mal wieder spiele und ja euch nicht wundern es ist nicht wirklich vieles passiert ihr wisst Wieso fragen die sich was los ist sie fragen sich jetzt gerade was los ist so leute letzte folge oder ich glaube das war als erstes YouTube Video ähm gut Ghost Invasion Halloween all new Halloween ja dann sehen wir uns gleich so wir sind jetzt reingeportet und wie ich sehe sieht es gerade mega geil aus und vor allem mein Skin passt gut zu Halloween obwohl es mein YouTube Skin ist Spiel startet Punch to donate Seit wann bin ich Geist Lol Was Alter Was Als ob ich Geist bin Alter Hä Ich krieg das gar nicht mal hin Ä Hallo Buckabitch Wem 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 Sind wir Ist Hä Alter what the fuck Punt to donate Punt to donate Alter was ist los Ich kann Ich kann SPLAT Hä? Ich check das grad gar nicht Ich check da grad die Regel gar nicht Hä? 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 Ich check das überhaupt nicht Äh? Hä? Ich check grad überhaupt nichts mehr Hä? Wieso? Was? Äh? Hä? Wie soll ich die Smash Ha! Achso! Okay Aha Okay, jetzt weiß ich's Wie das geht Gut Jetzt hab ich's herausgefunden Danke You are spectator Okay, ich bin spectator, also ich bin jetzt ein toter Geist Ja, ähm, gut Aber ich hab ja meinen eigenen Skin, meinen selbstgemachten Skin und damit bin ich froh Also, ohne Scherz, ich find's mega schön Aber das eine dieses komische was ist was nochmal fragt mich nicht warum ich über Dings spiele, das ist besser mit dem Controller Und, ja, vielleicht kommt auch mal auf Onlet, ein, ich weiß es nicht, ein Livestream, mal überlegen, ein Halloween Livestream wo ich von ein paar bestimmten Youtubers, zum Beispiel von Herr Bergmann Paluten, Smurf und so Halloween Videos an Grube von damals und so vielleicht werden sie auch heute noch irgendwann noch mal ein paar dings machen paar videos sowie triple facecam und so also ich fand es mega geil wo die das gemacht haben mit dem triple facecam und ja also wenn der mir schon die ganze zeit hinterher folgt ne der folgt mir nicht hinterher man kann ja nie wissen werde ich gerade verfolgt okay sheriff ist dad why is he dad der ist die ganze zeit hinter das will der typ von mir hä hä was will der junge von mir biggest canon sag mal wieso da warum hat er mir wieso ist er mir die ganze zeit gefolgt das fand ich gerade richtig mega creepy also ohne sätze fand ich grad mega creepy und er ist gerade mal viele vier jahre kann ich verstehen für manche leute die spielen erst man kraft seit vielleicht paar tagen und so oder an ihren xbox erkannt erst seit ein paar tagen kann ich wirklich verstehen und so ohne schatz kann ich wirklich verstehen bei manchen weiten und so ja ich werde das video erst um keine ahnung vielleicht das morgen rauskommen ich weiß es nicht weiß nicht wie gerade lustig dazu habe karten das video hochzuladen weder durch das über noch über team master noch verbessern ich weiß es ja nicht ich weiß nicht warum ich gestimmt doch ich bin gestern 16 geworden weil na gut gibt war auch im leben also für die leute die es ja nicht wissen nur für die wo es nicht wissen und so er ist doch die die einfach zocker nochmal die kommt mir wie bekannt vor zocker bekommt mir irgendwie in den namen gott er kommt mir wirklich kaputt mautado hallo hallo e eisenach da ist die schnitzel die schnitzel war ab die blöde die blöde ab der Kappel mit dem Video bei Autogramm von ihnen zwei YouTuber wo ist Maul Dado ich glaub ich jetzt verloten, daher ist mir egal sag mal wo ist Maul Dado ich folge einfach ihm, ist mir egal ähm was soll ich grad sagen zu dem Thema Projekten, ich hab echt grad keine Ahnung wann ich Projekte erst starten soll ich hab die ganze Zeit äh gesagt ich mach Projekte, aber ich weiß nicht Maul Dado Maul Dado krieg ich bitte ein Autogramm Spaß man muss dann Idol ein Autogramm krieg ich von die Paluten, krieg ich ein Autogramm krieg ich ein Autogramm wieder her, was so grad so steht ich bleib bei dem Texture Pack, weil wisst ihr wieso, weil das viel besser ist und ja ich sag gar nicht mehr, ich sag absolut nichts mehr, ich weiß nicht was da grad los war wir sehen uns gleich wieder neue Runde, neues Glück, ich weiß jetzt nicht, ha genau, aber ja gut, ich sag grad nichts mehr dazu ich bin immer unschuldig, why I'm freaking unschuldig, was hab ich getan ähm äh, ich weiß nicht wann das nächste World of Warships Video hochgeladen werden wird oder kommen wird muss ich noch überlegen Kurzfilm oder Kleinfilm, weiß ich jetzt nicht, aber ich darf jetzt nicht so übertreiben mit Dings, mit Projekten ich weiß nicht was ich machen soll, Server muss ich auf jeden Fall auch noch machen na genau Minecraft Server, dass Leute, zum Beispiel ihr, wenn ich mal Minecraft mache dass ihr einfach in meinen Server eingeht und ja also dass ihr es wisst also dass ihr es nur wisst das wäre sowohl kacke gewesen, wenn sie mich einfach so abgeschossen hätte also es war wirklich scheiße gewesen also ich glaube die letzte Runde war so, dass ich grad von einem Mörder einfach so während dem Laufen erwischt wurde ich weiß nicht wie das passieren konnte, aber, na gut, kann ja passieren Herr, noch keiner ist tot das ist höchstverdächtig viel zu verdächtig da war noch keiner tot ist geschafft aber der Prüfung wird schwer ok, jetzt ist einer tot manchmal kommt es mir so vor, als wäre es dieser Frosch, weil der mir ständig die Münzen klaut normalerweise war das eigentlich als ähm eigentlich war dieser Skin eigentlich für Projekte dazu gedacht aber leider kann ich jetzt nicht machen, deswegen ist es mein YouTube nein, 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 nein I'm a good guy, I'm a good guy I'm a good guy manchmal frag ich mich, irgendwer ist es einige Leute sind so doof was was als ob der Typ das war als ob was als ob der der war die ganze Zeit AFK er war die ganze Zeit AFK lol lol als ob wartet mal Leute als ob der die ganze Zeit AFK war als ob der die ganze Zeit AFK war trotzdem auch mal ihre Kanäle angucken abonnieren, würde mich sehr freuen und ja paar haben mir ich weiß ja nicht mehr es ist ewig her, dass ich jetzt noch ein Video gemacht hab ne, nicht ewig her es ist aber selten passiert, dass ich ein Video gemacht hab höchstens Musikvideos kam es tut mir auch mega leid, warum da auch immer Musikvideos kam weil erstens ich hatte keine große Motivation gehabt zu zocken ich war mehrheit auf YouTube beschäftigt und so also ich war nicht den ich war er hat die Suchefolgen angeguckt ich hab noch Dings angeguckt tut mir echt mega leid und ja ich hoffe ihr könnt mir auf jeden Fall verzeihen ich versuche auch so gut wie es möglich ist YouTube Videos zu machen m auch wieder mal Musikvideos aber versprechen kann ich noch nicht, grad war es wirklich äh von wem wurde ich grad umgebracht äh das check ich grad gar nicht äh wenn ihr euch auch immer wundert warum die Videos immer so lange gedauert haben weil ich hab grad ich hab ich hab die Einstellung mal verändert und so deswegen konnte ich über Dings also nothing was macht die denn hä hä was macht hä ich check das nicht sag mir nicht der hallo Baka halloo komm her hallo komm schon komm schon komm schon komm schon ja komm her hallo 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 vier unschuldige sind noch da wo seid ihr ja haallo hallo komm schon super gemacht super Impressive, very impressive. Yo, ich bin grad richtiger Terminator. Hallo. Nur noch einer ist da. Nur einer. Aber wo ist der denn? Hallo. Hallo. Sag mal wo. Woah. I say nothing but all that. Sorry. Ha, baka bitches. Baka 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 baka. Baka baka baka. Baka 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 baka. Nein, Spaß. Da sollte sich grad so psychisch schon, aber trotzdem war's grad klar. I say nothing but all that was very very nice. Ich verabschiede mich jetzt gleich. Wartet Leute. Ich brauch mal eine Stelle, wo ich mich verabschieden kann. Direkt während dein Blitz ist. So. Genau hier unten kann ich mich sehr gut. So. So, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Und vor allem einen gruseligen Abo. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns. Weiß ich jetzt grad nicht. Aber wir sehen uns auf jeden Fall bald mal wieder. Zu einem neuen gruseligen Video. Vielleicht einem Halloween Video. Schaut auf jeden Fall bei Techno LP. Also Nightcore Hands Up. Dexter und meinen besten Kumpel Halux. Also alle beide drei Kumpels. Und ja. Naja. Ich sag dazu nichts. Aber ich glaub, ich geh mal. Wartet mal. Ich muss noch das zu Ende machen. Ich geh hier in eine Hölle. Da kann ich's besser machen. Viel gruseliger. Dann sehen wir uns auf jeden Fall bald wieder. Vielleicht. Und dazu kommt noch mein Omlet. Und dass ihr mir auf jeden Fall auf Omlet folgt. Und mir auf jeden Fall bei meinem Grusel. Livestream in Halloween mitguckt. Würde mich sehr auf jeden Fall freuen. Und ja. Dann sehen wir uns auf Omlet zu einem gruseligen Video. und dann sehen wir uns auf jeden Fall 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 Vielen Dank.